Hallo Leute und willkommen beim Tutorial Crewskills Grundlagenerklärung dazu. Ich möchte euch heute erklären, was sind Crewskills, wie funktionieren die, wie kommt ihr daran und die einzelnen Skills genau durchgehen. Denn ich habe auch selbst von erfahrenen Spielern schon gehört, dass sie da irgendwie noch geistige Gretschens sich leisten und Skills zum Teil nicht verstehen oder gar nicht mehr nachdenken, wie die funktionieren. Das erste ist, was sind Crewskills, wie kommt man daran? Crewskills sind ja Bonusfähigkeiten, die man bekommen kann. Man sieht es hier gerade bei meinem kleinen Typ 3, Chinookai. An diesem Plus hier sieht man, der kann eine neue Crewskill bekommen. Dort heißt das neuer Vorteilfähigkeit, allgemein Crewskill. Wann bekommt man das? Wenn man seine Crew auf 100% hat. Dann bekommt man den ersten und wenn man den ersten Crewskill voll hat, bekommt man einen zweiten. Man kann bis zu 4 oder 5, da bin ich mir nicht so genau sicher, bekommen. Der Punkt ist, es wird etwa so auffällig, dass es sich auch gar nicht mehr lohnt, die Dinger weiterzufahren. Technisch funktioniert das Ganze so, man braucht, um seine Crew quasi von 0 bis 100 zu trainieren für die Basiswert, ungefähr 100.000 erfahrungen. Und die genaue Wert sind 105.242. Naja, ich hab mir das gerade in der Wiki nebenbei aufgemacht. Und das verdoppelt sich von Skill zu Skill. Das heißt, der erste Skill braucht 210.000. Der zweite Skill braucht 420.000, dann 840.000, etc. etc. Wird also ganz schnell ganz schön teuer. Und was dabei auch zu beachten ist, das Wachstum bei Skillkosten ist exponentiell oder, ja, progressiv, es wächst in der Bogenform. Also wenn wir hier einen Graph nennen, fängt das natürlich unten schwach an und steigt hinterher stark an. Der letzte Skillpunkt, um das von 99 auf 100 zu bekommen, ist ungefähr ein Zehntel der gesamten Erfahrung, die man für den kompletten Abschnitt braucht. Das heißt, um den Basisskill von 99 auf 100 zu bekommen, braucht man ungefähr 10.000 Erfahrungspunkte. Während man irgendwie von 1 auf 2 zu bekommen, quasi nichts braucht. So ist das auch bei Skills hinterher. Das heißt, euren ersten Skillen, die von 0 auf 50 zu bekommen, geht unheimlich schnell. Und wenn ihr hinterher versucht, den von 97 auf 100 zu bekommen, dauert es unheimlich lange. Ärgert euch da also bitte nicht drüber. Das ist normale Spielmechanik. Und das macht das Ganze halt, ja, zur Spitze hin langwierig. Also bereitet euch darauf schon mal vor. Und ja, was bekommt man an Skills? Wie funktioniert das? Wenn man entweder rechts drauf geht auf die Personalakte und dann auf Fähigkeiten, oder indem man hier direkt auf das Plus bekommt, bekommt man auf die Fähigkeitsauswahl. Und da sieht man für jeden Charakter, was er bekommen kann. Und es gibt zwei Arten. Allgemeine und klassenspezifische. Wir sind hier gerade beim Kommandanten. Also diese Kommandantenskills. Allgemeine Skills sind für jeden. Außerdem, das war auch noch wichtig, es gibt Fähigkeiten und sogenannte Perks. Im deutschen Vorteile. Und Fähigkeiten, Fähigkeiten. Fähigkeiten funktionieren von Anfang an. Das heißt, sobald ihr 1% in dieser Fähigkeit habt, gebt diese Fähigkeit euch einen Bonus. Ein Vorteil oder Perk gibt euch erst dann einen Bonus, wenn ihr ihn auf 100% habt. Und man steht es auch immer mit drin. Hier bei Waffenbrüder zum Beispiel heißt es, wird erst wirksam, wenn alle Mitglieder es auf 100% haben. Bei so etwas wie Sechster Sinn, was beim Kommandanten unabhängig belegt ist, steht drin, wird erst mit 100% wirksam. Das ist wichtig, guckt euch das an. Denn es gibt ein paar Punkte, zu denen wir am Ende noch kommen werden, die das so gesehen relevant machen, was man nimmt und was man daraus macht. Zuerst möchte ich aber durchgehen, welche Skills es alle gibt. Und es gibt halt, wie gesagt, die allgemeinen, die kann jeder bekommen. Da gibt es 4 Stück zur Auswahl. Reparatur, was einem einen Bonus auf die Reparaturgeschwindigkeit gibt. Insgesamt sorgt, also standardmäßig repariert man euch sowas um die 11 Sekunden. Und man kann das, wenn man Reparatur mit allem voll hat, glaube ich, halbieren so ungefähr. Die genauen Werte weiß ich nicht aus dem Kopf. Es sind aber sehr gute Werke. Also es lohnt sich, wenn man Panzer hat, die zum Beispiel häufig in Ketten getroffen werden. Also High-Tier-TDs oder Heavy-Tanks, bei denen es wichtig ist, dass man die Ketten ordentlich immer wieder reparieren kann. Guter Skill. Äh, das Äquivalent für Panzer, die sich gut verstecken wollen, ist Tarnung. Tarnung erhöht den, äh, Tarnwert, beziehungsweise verringert die Sichtbarkeit für, äh, heißt es hier. Effektiv hat jeder Panzer einen Tarnwert, der angibt, wie schwer, äh, was halt, der nicht angibt, wie schwer es ist. Wenn, um zu bestimmen, ob ein Gegner euch sieht, wird eure Sichtweite genommen, davon wird der Tarnwert, das, äh, ob ihr einen Gegner seht, so, wird eure Sichtweite genommen und davon wird der gegnerische Tarnwert abgezogen und ist euer Wert immer noch größer als die Distanz, die ihr von ihm weg seid, seht ihr ihn. Tarnung erhöht diesen Tarnwert, sprich, es habt ihr, äh, äh, Tarnung drauf, hilft das dabei, dass ihr besser versteckt seid. Wichtig dabei ist, quasi, Reparatur, Tarnung und auch gleich Brandbekämpfung splitten sich über alle Crewmitglieder. Das heißt, um den maximalen Nutzen von, äh, Reparatur zu haben, müssen alle Crewmitglieder Reparatur auf 100% haben. Das heißt, diese Sachen sind zwar cool, aber je größer die Crew ist, umso weniger bringt es, dass ein Einzelner voll hat. Also, wenn ich hier 5 Leute habe und einer hat Tarnung auf 100%, dann habe ich, bringt mir, ist der effektive, praktische Nutzen, 20% des maximalen, mit Tarnung zu erreichenden Wertes. Wenn ich 100% haben will, müssen alle 5 Leute das auf 100% haben. Wenn ich, z.B. in dem ELC-AMX nur 2 Leute drin habe und einer hat das auf 100%, dann habe ich direkt 50% der maximal zu erreichenden Wirkung. Der dritte Skill hier ist Brandbekämpfung. Das sorgt dafür, dass man Brände schneller löscht. Ist ein persönlicher Skill, den ich noch nie im Einsatz gesehen habe, weil man normalerweise für sowas einen Feuerlöscher hat und auch nutzen sollte. Der letzte Skill hier ist auch einer sehr, sehr wichtigen Waffenbruder. Waffenbruder gibt auf alles 5%. Und zwar wirklich auf alles, was es für eure Charaktere irgendwie gibt. Sei es unter anderem der Reparaturwert, also wenn ihr Reparatur habt, erhöht Waffenbruder euren Reparaturwert um 5%. Erhöht eure Nachladegeschwindigkeit, eure Sichtweite, eure Wendegeschwindigkeit, alles. Alles, was eure anderen Leute, was jeder von euch hat, erhöht sich um 5%. Damit ihr das bekommt, müssen aber alle eure Charaktere, also eure Crewmitglieder, Waffenbrüder auf 100% haben. Das ist der erste Vorteil, den wir hier finden. Und das ist aufwendig. Als allgemeiner Tipp ist davor schon mal zu sagen, versuche das meist als zweiter Skill zu bekommen. Für den ersten Skill gibt es mal ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Und der zweite würde ich immer Waffenbruder empfehlen, weil das bekommt man noch fertig. Den dritten Skill fertig zu skillen, das ist aufwendig. Das schafft man irgendwann, wenn man bei Tier 10 ist. Und bis dahin lohnt sich das nicht, so Waffenbruder drin zu haben. Dazu, wie weit sich Vorteile lohnen und wann nicht, werde ich aber am Ende noch ein bisschen eingehen. Erstmal auf die klassenspezifischen. Als erstes haben wir hier den Kommandanten, den obersten, der mit 5 Skills einherkommt. Das oberste ist Mentor. Mentor gibt 10% seines Mentor-Wertes für alle anderen Crewmitglieder in zusätzlicher Crewerfahrung. Das wirkt von Anfang an. Also wenn man Mentor auf wenigen Prozenten hat, gibt es halt dementsprechend wenig. Also ab 10% Mentor kriegt man quasi 1% Bonus-Erfahrung. Mentor 100% gibt insgesamt 10% Bonus-Erfahrung für alle anderen Crewmitglieder. Das kann man machen. Ich habe es bisher aber eher selten als sinnvoll erachtet, weil dadurch, dass man Mentor aktiv hat und alle anderen Bonus-Erfahrung haben, ist halt ein Skillplatz beim Kommandanten belegt, den er nicht mit anderen Cool-Skills belegen kann. Zum Beispiel Reparatur, Teinung und Waffenbruder. Das wären schon mal die ersten Beispiele, die durchaus gut sind. Wenn man zum Beispiel einen Heavy-Tank hat, will man auf jeden Fall eine Reparatur- und Waffenbruder haben. Der Kommandant hat auch noch ein paar mehr Skills. Als nächstes hat er hier Speer, das erhöht die Sichtweite. Sprich, euer Panzer sieht weiter. Es erhöht das nicht um viel. Ich glaube, bei Speer sind es 2%, die es drauf gibt. Aber 2% sind bei sowas durchaus schon viel. Also 350 mal 1,02 ist nur ein kleiner Sprung nach oben. Aber das kann der kleine Sprung sein, der dafür sorgt, dass ihr den Gegner schneller seht. Ist also für Panzer wichtig, die viel Sichtweite brauchen. Dann 1000 Sasser ist einer, den ich persönlich auch eher doof finde. Der sorgt dafür, dass der Kommandant Positionen besser besetzen kann. Und ja, quasi je höher das ist, umso besser ist, die zu ersetzen. Das ist nett, aber das finde ich persönlich eher überflüssig. Weil wenn jemand stirbt, nimmt man normalerweise den Medikid dafür. Und wenn einem häufiger Crew wegstirbt, dann hilft das auch nicht mehr. Man sieht hier, je mehr Soldaten ausfallen, desto geringer ist die Leistung. Finde ich persönlich ziemlich überflüssig. Adlerauge ist ein interessanter Skill. Der oftmals untergeht, weil wir gleich zu 6. sind, komm, der deutlich besser ist. Aber trotzdem interessant. Erstmal, es ist ein Vorteil, wirkt also erst bei 100%. Und es sorgt dafür, dass man sieht, was der Gegner für kritische Schäden hat. Das heißt, ihr seht unter dem Fragenkreuz, wenn ihr auf ihn zielt, was bei ihm beschädigt ist. Und das kann unheimlich interessant sein. Wenn ihr zum Beispiel seht, der Gegner hat ein beschädigtes Munitionslager, lädt er nur halb so schnell nach. Und das heißt, ihr habt doppelt so lange Zeit in Ruhe auf ihn zu schießen, bis er nachgeladen hat. Ist ein interessanter Skill, geht aber oft unter. Denn hier unten als letztes kommt der Skill, den man eigentlich immer mit dem Commander als erstes sammelt. Also fast jeder Panzer sollte sich das hier versuchen, als erstes auf 100% zu bekommen. Das hier ist 6. Sinn. Und 6. Sinn sagt, ungefähr 2 Sekunden nachdem die Gegner euch aufgedeckt haben, taucht bei euch eine Warnlampe auf, die ihr euch das wissen lässt. Und das ist unheimlich mächtig. Wenn man ganz am Anfang ist, weiß man das vielleicht nicht zu schätzen, aber jeder, der ein paar tausend Spiele hat, oder schon nach tausend Spielen zumindest, war mir das klar. Ich will dieses Ding in Ruhe haben, denn man weiß, wann man offen ist. Das heißt, man weiß auch, ab wann man erwarten kann, dass man beschossen wird und deswegen in Deckung sollte. Oder wo man noch weiter vorfahren kann, weil man noch nicht entdeckt wurde. Das ist unheimlich mächtig. Und je weicher euer Panzer ist, umso wichtiger ist, dass ihr das habt. Man muss immer bedenken, es geht so 2 Sekunden nachdem man aufgedeckt wurde, los. Das heißt, in diesen 2 Sekunden Gegner, die z.B. euch an einer Stelle schon erwarten, weil ihr über eine typische Linie fahrt, wo man erwartet, dass ihr euch langfährt, können euch aufblicken und weil sie euch erwarten, direkt in dem Moment losschießen, weil sie schnell reagieren. Dann kann es sein, dass euch die Kugel trifft und erst danach 6. Sinn losgeht. Das ist möglich, muss man immer im Hinterkopf behalten, aber 6. Sinn ist unheimlich mächtig. Und der Hauptgrund, warum man, ich sagen würde, nimmt Waffenbruder als zweites, weil man als erstes 6. Sinn im Kommandanten haben will. Dann haben wir hier den Schützen, zu erkennen an diesem kleinen Schützen-Symbol, ich finde Schütze und Fahrer teilweise auch schwer auseinanderzuhalten. Der bekommt 4, aber 4 durchaus interessante Skills. Als erstes angesetztes Ziel, das sorgt dafür, dass, wenn ihr es auf 100% habt, Gegner, die ihr anvisiert, das heißt, die ihr anguckt und die eine Rotumrandung haben, sind 2 Sekunden länger zu sehen. Das ist bei Scout-Panzern zum Teil interessant oder bei TDs, die wissen, wir müssen ihre Ziele selbst offenhalten, weil damit kann man halt Gegner länger sehen. Dann gibt es Büchsenmacher, das ist vor allen Dingen, finde ich persönlich, bei sehr langsamen TDs, die häufig von AT beschossen werden, wichtig, denn das erhöht die Genauigkeit bei beschädigten Geschützen. Und leider sowas wie ein T95, der ist prädestiniert dafür, dass die Waffe oft weggeschossen wird. Damit kann man sicherstellen, dass es wenigstens noch ein bisschen zu retten ist. Dann gibt es Scharfschütze. Das sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, Module und Besatzung zu treffen. Hat aber, also ist prinzipiell cool, hat aber ein Problem, es funktioniert nur mit AP, APCA oder Heat-Granaten. Das heißt, mit Hochexplosiv-Geschossen funktioniert es nicht. Also ich kann das zum Beispiel mit einem Hetzer lernen, es würde mir aber nichts bringen, weil ich damit HE schieße. Ist auch ein bisschen zweischreich. Es gibt, also bei Artillerie kann man das nehmen, weil da zielt man darauf, mit seinen Durchschlägen viele Sachen zu zerlegen. Für die meisten anderen Panzer lohnt es sich eigentlich nicht. Denn wir haben hier unten einen Skill, den man eigentlich gerne haben möchte, und zwar ruhige Hand. Ruhige Hand erhöht die Genauigkeit bei der Turmdrehung. Gilt, wenn man mehrere Schützen hat, addiert sich das nicht, aber es ist ziemlich mächtig, auch wenn es die Genauigkeit nur sehr wenig erhöht. Aber, das heißt, sobald ihr euren Panzer irgendwie den Turm dreht, und das macht ihr quasi automatisch, sobald ihr auf euren Ziel, reduziert das hier ein bisschen die Wert, wie lange ihr braucht, um euer Fadenkreuz klein zu bekommen. Und das ist unheimlich wichtig, weil man möchte natürlich möglichst schnell schießen, und dafür möchte man, dass das Fadenkreuz möglichst schnell klein ist, aber möglichst schnell möglichst genau trifft. Und genau darauf gibt es einen Boden, und das macht diesen Skill unheimlich mächtig, und bei den meisten Berichtsschützen als ersten Wahl für ein Skill. Dann haben wir den Fahrer, weil er noch einer der schwierigsten, weil er viele Gute zur Auswahl hat, zumindest interessante, fünf Stück insgesamt, als erstes hier Rambock, der erhöht die Auswirkung, macht Ramm wirksamer, sprich erhöht den Schaden beim Ramm, und verringert prinzipiell den Schaden, den man selbst bekommt. Das ist bei ein paar Fahrzeugen interessant, nämlich bei denen, die, ja, unheimlich schwer sind, aber oft auch eher als spätere Skill. Denn es gibt hier noch einige interessantere Geländespezialisten. So reduziert die Auswirkungen von, ja, mittlerem und weichem Boden. Das ist interessant für, ja, langsame Panzer, die da nicht so darunter leiden wollen, dass sie gerade durch Sumpf fahren müssen. Fahren wir auf Schienen, was das, die Genauigkeit, und beim Feuern in der Fahrt, sprich, ihr gebt immer noch Gas und schießt. Wichtig, wirklich nur, wenn ihr euch bewegt, gebt dabei aber die Genauigkeit hoch. Und wie ihr wisst, die Genauigkeit ist dabei immer sehr schlecht, und das, was danach hilft, hilft also. Dann, Ordnungsfanatiker, das reduziert das Auslaufen von Öl oder Kraftstoff und verringert damit die Brandwahrscheinlichkeit. Habe ich, finde ich persönlich jetzt nicht so interessant, habe ich auch noch nicht so oft im Einsatz gesehen, weil, außer, wenn man Panzer hat, wo man weiß, der brennt wirklich oft, dann lohnt es sich, aber ansonsten eher selten. Und, dann, uns unterst ist das, Meister am Bremshebel, das erhöht die, ja, die Wendegeschwindigkeit. Ein bisschen ist das also für Panzer, die zum Beispiel nicht so schnell wenden, aber der Fahrer, also ihr gerne wollt, dass er schneller wendet, kann man damit ein bisschen nachhelfen. Dann haben wir hier den Funker, und der ist auch nochmal interessant, denn, äh, ja, das Oberste finde ich persönlich, das Beste bei ihm, Weitsicht, erhöht die Sichtweite. Hört ich hier, glaube ich, 3%, wenn ich die Werte richtig in Erinnerung habe. Das ist nicht massig viel, was man dadurch bekommt, aber es ist auch nochmal ein bisschen Sichtweite. Und es ist beim Funker auch etwas, wo es ganz gut aufgehoben ist, weil beim Kommandanten möchte man ja gerne 6. Sinn, und dann irgendwie Waffenbrüder, und dann vielleicht auch noch Reparatur oder Tarnung dazu, und dann kommt man meist schon nicht mehr weiter. Hier kann man als erstes Weitsicht skillen und hat damit einen kleinen Bonus. Dann haben wir hier, ähm, Ruf nach Vergeltung, wenn ihr sterbt, bleiben Fahrzeuge, die ihr seht, und zu denen ihr Verbindung aufbaut, ein bisschen länger zu sehen. Äh, das heißt, ja, man kann länger Positionen übermitteln, das heißt, das eigene Team hat einen kleinen Bonus davon. Sehe ich persönlich selten im Einsatz, weil, äh, World of Texas ist ein Spiel mit ganz, ganz vielen Egoisten, die meisten wollen nicht, dass sie dem Team den Bonus geben, sondern wollen selber überleben. Dann haben wir hier unten Signalverstärkung, was einfach die Funkreichweite erhöht, was ich persönlich bei den meisten Panzern überflüssig finde. Außer ihr wisst, es sind hier sechs Panzer, den ihr behalten wolltet, wo ihr die Crew drin lasst. Ansonsten muss man halt sagen, jeder Tier zehn Panzer hat hinterher irgendwie über 700 Funkreichweite und hat kein Problem mit. Ähm, und das hier ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das ein, äh, eine Übersetzungsfehler im Deutschen ist, weil hier steht was von Verbündeter Funkreichweite, und ich glaube, dass sich das nur auf die eigene auswirkt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schlärft, also, es gibt einen davon, der im Englischen anders betitelt ist, als im Deutschen, und nach dem englischen Regeln funktioniert. Im Deutschen steht hier, dass er die Funkreichweite für Verbündete erhöht, innerhalb der Funkreichweite das Fahrzeug selbst. Das ist aber auch total überflüssig, weil hinterher jeder so viel Funkreichweite hat, dass es total egal ist. Also, die Funkreichweite-Dinger kann man komplett ignorieren, braucht man eigentlich nicht. Jetzt ist immer noch die Frage, ja, was lernen wir daraus? Man möchte irgendwie früh auf Sechster Sinn und dann vielleicht auf Waffenbrüder. Interessant ist aber, Sechster Sinn und Waffenbrüder sind Vorteile, und man kann zwei Wege wählen, wie man zu denen hingeht. Entweder man, ich sage jetzt meinem Kommandanten, Sechster Sinn, und wenn ich den auf 100% habe, kann ich ihn nutzen. Die 1 bis 99% dahin, ist dieser Skill für mich komplett nutzlos. Ich habe nichts davon. Und deswegen kann man sagen, es gibt die Möglichkeit, hier Skills zu verlieren. Und es gibt Leute, die stellen sich hin und sagen, okay, bis dahin wähle ich einen anderen Skill aus. Zum Beispiel, wenn ich in einem Heavy bin, gebe ich dem so lange Reparatur. Und wenn ich bei Reparatur bei 100% bin, gehe ich auf Verlieren. Und ich wähle jetzt einfach mal Sechster Sinn aus und demonstriere das an Verlieren, denn es gibt prinzipiell drei Varianten. Man kann hier wieder sagen, wie beim letzten Journal zur Crew schon gilt, die Werte hier sind gerade halbiert, weil eine Sonderaktion ist, sprich normalerweise das 200 und 20.000. Und man kann hier sagen, das ist das Gänglichste. Ich opfere 10%, gehe runter auf 90% für so und so viele Credits. Für mich selbst ist das jetzt natürlich total Blödsinn. Ich werde nichts davon machen, aber das kann man halt sagen, okay, ich habe jetzt Reparatur auf 100%. Ich opfere 10% davon, dann bin ich wieder bei 90% und wähle dann direkt Sechster Sinn aus und trainiere das nochmal hoch auf 100%. Dann habe ich quasi von 99 bis, äh, von 90 bis 99% habe ich nichts davon, aber von 1 bis 90% habe ich den Effekt von Reparatur und habe damit mehr davon. Und man kann auch beim, sagen beim Kommandanten zum Beispiel, dass ich dem so lange Mentor gebe, dass der auf allen anderen einen Bonus gibt. Das, ich sehe beides. Ich persönlich mache es so, dass ich direkt Sechster Sinn auswähle und mir so lange auf den Nutzen verzichte, denn dafür muss ich weniger Crew-Erfahrung erfahren, weil ich ja quasi, wenn ich das wechsle, die top, die obersten 10% nochmal erfahren muss und das ist der teuerste Teil der Crew-Erfahrung. Also die obersten 10%, das sind auch irgendwie schon so, das ist nicht nur ein Zehntel der Crew-Erfahrung, die man insgesamt erfährt, sondern das ist halt auch schon irgendwie sowas um die 20% fast. Das heißt, man hat ein gutes Stück, was man dann oben nochmal fahren muss. Ich persönlich sage dann lieber ja okay, bis dahin verzichte ich halt auf den Nutzen von Sechster Sinn oder wenn ich dann bei Waffenbrüder bin, solange verzichte ich auf den Nutzen von Waffenbrüdern, sieht man zum Beispiel, wenn ich mir von Japanern weggehe und mal zu meinen Hauptfahrzeugen gehe, hier habe ich nämlich gerade eine Crew drin, da habe ich jetzt Waffenbrüder gerade auf 97%. Das habe ich von 0% bis so hoch trainiert und verzichte halt so lange auf den effektiven Nutzen dieses Crew-Skills, habe aber dafür den Vorteil, dass wenn ich dann das voll habe, ich nicht wieder umwechseln und nochmal trainieren muss. Das muss man so ein bisschen für sich selbst entscheiden, was einem mehr wert ist. Möchte man quasi während des Hochlevels mehr Nutzen haben und dafür länger leveln oder möchte man halt schneller leveln und verzichte zu lange auf den Nutzen? Ja, soviel zu den Grundlagen. Ich hoffe, euch ist daraus grundlegend klar geworden, wie die einzelnen Skins funktionieren, was der Unterschied zwischen Fähigkeit und Vorteil ist und wie sich das halt auswirkt. In den nächsten Tagen wird zu jeder Panzerart auf jeden Fall ein Video kommen, wo ich erkläre, was ich in dieser Panzerart an Skill grundlegend für allgemein empfehlen würde. Auch zu Artie werde ich das machen, wobei das da halt mir ein bisschen hypothetisch ist, weil ich nicht gerne und viele Artie fahre und die wahrscheinlich keine gute Crews habe. Aber ich werde das für jeden Panzertyp durchgehen und euch da elementare Tipps geben, was ihr halt selbst beachten solltet und so, dass ihr halt danach hoffentlich für euch sagen könnt, okay, das ist meine Crew, so und so baue ich mir die auf, damit ich dann bis zu dem und dem Ziel komme und so und so designe ich die da lang. Denn das ist eine der wichtigsten Sachen, überlegt euch vorher, was ihr mit der Crew machen wollt und wo ihr hin wollt. Wie gesagt, bei den Russen zum Beispiel war für mich klar, die KVNSS behält ihre Crew und ich setze hier eine neue auf, die ich bis dahin mitnehme. Und dann überlege ich jetzt, ob ich die von dort hierhin versetze und bis dahin durchspiele. Dementsprechend war für mich aber auch klar, was ich mit den Crews jeweils mache und das, wenn man sich quasi vorher überlegt, wo möchte ich die haben, kann man sich überlegen, was genau man da drin haben will. Macht euch da so, quasi fahrt nicht einfach nur die Crew drauf los, macht euch da vorher Gedanken zu, wo ihr damit hin wollt. Soviel heute dazu, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit den einzelnen Crews zu den Panzerarten wieder. Bis dann Leute, macht's gut. So, einen kleinen Nachtrag gibt's noch, weil das hab ich glatt vergessen. Und zwar der Ladeschütze, wo schneiden wir uns mal einen? Hier haben wir einen. Der hat auch drei Skills und die hab ich einfach vergessen, dass ich den auch mit auflisten sollte. Die sind aber auch nicht weltbewegend gut. Ich frage mich gerade, warum ich beim Chino Kai nicht den Ladeschütze mitgedacht hab. Es gibt drei Stück, die ersten mal sind aber eigentlich komplett ignorierbar. Das eine ist Vorahnung, das sagt, wenn man das auf 100% hat, hat man eine erhöhte Chance, dass die richtige Granate im Lauf ist, wenn man die Munition wechselt. Das würde ich persönlich als unwichtig einstufen, außer man wechselt oft die Granaten. Und beim Ich-Zäuche mache ich es oft so, dass ich sie beim Laden wechsle. Das heißt, ich weiß, okay, den nächsten Schuss nehme ich Premium rein, sprich Goldmoni oder HE, dann klicke ich schon mal drauf, dass der nächste gewechselt wird und schieße den Schuss, den ich den habe, gerade so raus. Dann ist das hier komplett nutzlos. Und auch so ist die Chance so gering, dass sich das kaum lohnt. Das zweite ist Adrenalinrausch. Das sagt, wenn man unter 10% seiner Lebenspunkte ist, wenn man das hier vorausgebaut hat, dann lädt man ein kleines bisschen schneller. Was ich persönlich auch sehr, sehr nutzlos finde, weil man eigentlich immer verhindern sollte, dass man unter 10% seiner Lebenspunkte kommt, weil das halt herzlich wenig ist. Und oftmals ist auch passiert, dass wenn man zu weit runterkommt, man quasi nicht in den 10% verweilt, sondern man von 15% auf 0 geschossen wird oder so. Und dann hat sich das halt einfach nicht gelohnt, weil man davon nichts hatte. Das wirklich gut ist hier sichere Ladung. Denn sichere Ladung sagt, die Chance, dass das Munitionslager explodiert, sinkt. Erhört die Strapazierfähigkeit. Das heißt halt auch, Beschädigungen werden reduziert und das ist unheimlich wichtig, weil es gibt nichts Ärgerliches, wenn einem der gerade frisch neu angemalte und zum ersten Mal herausfahrende Panzer im ersten Schuss vom Gegner zerlegt wird, weil jemand das Munitionslager trifft. Das ist unheimlich ärgerlich. Und wenn einem das Munitionslager beschädigt wird und man da dementsprechend zwischendurch ewig lange lädt, das ist auch ärgerlich. Und das hier ist ein Vorteil. Das heißt, man sollte zusehen, dass man das recht früh bekommt, weil es wirkt nur, wenn man das auf 100% hat. Dementsprechend empfiehlt sich bei vielen Panzern, das als erstes für den Ladeschützen auszuwählen. So, das war noch ein kleiner Nachschlag. Jetzt gehen wir zurück zu dem, meine Leute.